Servus Hobbywinzer, heute melden wir uns wieder vom Weinberg bei 35 Grad im Schatten. Heiß ist der Tag des Jahres und natürlich haben die Weinreben dann ein bisschen gewischt. Und dazu habe ich mir letztes Jahr schon ein Gerät gekauft, genauer gesagt der Gerät Einhell Pumpe Wasserpumpe und die probieren wir heute zum ersten Mal aus, hier seht ihr wie sie läuft, da vorne haben zwei Akkus drin, es gibt zwei Modi, Eco und Boost, wir laufen gerade auf Boost, genau hier ist der Ausgang, Hier ist der Eingang, also der Eingang ist hier, da zapfen wir gerade, war ja das beste Wasserqualität, genau und jetzt gießen wir die Weinreben. Schau, was wirkt, Leute, die das auch nicht haben. Schau, was wirkt, Leute, die das auch nicht haben. Schau, was wirkt, Leute, die das auch nicht haben und man fragen, ist das auch nicht, das ist das auch nicht dreamste dürfen. Sündung. Untertitelung des ZDF, 2020